Martin, hast du dieses Ding eigentlich einfach nur, weil du ein ganz verdammter Poser bist? Oder macht es wirklich Sinn? Ne, es macht nur deswegen Sinn, dass alle immer auf mich gucken, weil sonst funktioniert es überhaupt nicht. Wir werden es eh gleich nochmal zu Fuß machen, weil es sonst nicht klappt, aber wir machen es erstmal fürs Gefühl dafür. Es wird genauso gut funktionieren, wie vorhin das Drohnenfliegen mit einer Drohne. Ich möchte darüber jetzt nicht öffentlich reden. Kannst du mal einmal was vorfahren, damit wir sehen, dass das wirklich funktioniert? Das darf nicht wahr sein. Martin? Ja? Ich hasse dich. Willst du auch fahren? Nein, ich möchte dich gerne runtertreten, wenn wir unseren Take im Kasten haben. Ich wollte dir das sagen, warte noch einen Moment damit.